Was immer erst auffällt, weißt du, Wochen später, ich hab ihm das jetzt gesagt, ja, weiß ich, was hab ich gesehen, das mach ich jetzt doch gleich fertig, ne, ich sag, ja, ich sag, bitte drum, ich bitte drum, ja, dann muss ich dann gucken, ich muss dann sowieso nochmal hier kommen und so weiter und so fort, also vorher macht das bestimmt keiner fertig, ich weiß es nicht, ich will mir dann auch sagen, wann. Aber dass das immer erst dann auffällt, Wochen später, das gibt's doch gar nicht. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Sich beschweren, aber dann Wochen später die Scheiße zu sehen. Bin ich da jeden Tag? Nein. Bist schon wieder gereizt, ne? Fahrhaus gereizt, ja. Albar, da bin ich alles. So, wo sind wir jetzt? Hallo, muss ich wegdrehen, dann nehmen wir es ja wieder. Ich hab mich am Kameraflug gemacht. Ja, am Kameraflug gemacht, ja. Du machst ja keinen Abflug, machst du gleich, ja. Mach mal lieber die ganzen Wassertröpfchen da weg. Ich würde draußen malochen. Jetzt siehst du mich da gar nicht in der Schärfe. Ja, doch, du bist schon richtig. Was hast du am Wochenende gemacht? Heute Montag, da erzählt man doch gerne mal, was der Ron am Wochenende getrieben hat. Freitagabend bin ich essen gewesen im Steakhaus, Samstagabend bin ich essen gewesen im Dorfkrug. Und gestern war ich essen in Emsbüren bei Emsflauer, hab mir einen schönen Emsflauer-Büren gegönnt. Das macht man aber auch, um die Corona-geschädigten Unternehmen zu unterstützen. Das auf jeden Fall, ne? Das hab ich auch gemacht, das mach ich auch gerne, vor allem besonders, dass es schmeckt. Ne, war alles super, war alles klasse, war alles taco. Ich muss auch zweimal tanken. Hab den Staat also auch super unterstützt. Ne, hör auf. Aber Spritpreise sind frech geworden. Sag mal was dazu, jetzt im Ernst. Ja, sind frech geworden, ja. Kann nicht jeder so wie du, aber... Was fragst du denn? Seid aus deinem Munde. Wenn du schon jemals gefragt hättest, was Sprit kostet. Wenn ich das sage, aber du. Weißt du, wie viele Fahrzeuge wir haben? Ja. Ja! Weißt du, was ich jedem mal Sprit bezahle? Ne. Ne, weißt du nicht, ne? 12.500 Euro. Dann lassen die Monteure doch Fahrrad fahren. Hab ich auch schon gesagt, mit E-Bike. Anhänger hinten. Fahr dann auf E. Wo ist dann auch ein Sprinter auf E und machen noch ein Anhänger hinterher. Dann läuft das ganz besonders gut. Oh, dann lass ich doch Zug fahren. Pendeln. Zur Baustelle. Das ist so bitter geworden, weißt du, was sag ich nicht wohl. Ja, der Staat, der kriegt schon fertig. Wart man ab. Wart man ab. Und wenn sie eigentlich alle Stromer fahren, ne, wie sie es ja alle sollen. Was meinst du, weil da die Strompreise da oben gehen? Oh, die sind alle so blöd. Naja, okay. Oder hältst du von den Stromautos? Also, wir schütten da Benzin oder Diesel rein und dann läuft das. Ganz einfache Kiste. Bleibt mir doch mal zum Scheiß weg. Vor allem der Umweltaspekt der Händung. Da siehst du ja, wie die ganze Scheiße von kleinen Kindern da abgebaut wird. Da sieht aber ja keiner, das ist ja weit weg. Weißt du? Hier. Schwachsinn Scheiße. Doch vor allem, wenn das Wesen vernünftig funktionieren würde, und wir auch die Infrastruktur hätten, der nicht auch irgendwo 800, 900 oder 1000 Kilometer damit hinfahren kann, So, und dann einmal Bubs dranhalten, fünf Minuten voll. Weißt du? Ne, dauert alle nur. Alter, Zukunftsmusik. Albern ist das. Albern. Wobei ich nicht sagen will, die fahren gut, die Autos. Muss man auch mal dazu sagen. Also die Autoindustrie kann ja was. Das kann man ja nicht sagen. Die fahren super. Aber der Aspekt dahinter, das unterstütze ich nicht. Keinesfalls. Weil? Weil ich auch ein bisschen was haben will. Weil für mich gehört ein fetter Motor da rein. Ein fetter Verbraucher, ein Benzinverbraucher, ein Dieselverbraucher. Der muss stinken. Der muss stinken. Der muss laut sein. Der muss laut sein. So wie du aber so. Stinken und laut. Ja, stinken und laut. Du bist in mir immer, ne? Ist ganz klar. Ach, niemand, herrlich. Toll. Weißt du, die können ja auch schon wieder brechen. Kontroßüge. Die lassen nun mal diesen Monat weg. Aber da brauchst du keine Angst haben. Das holt dich immer wieder ein. Das holt dich immer wieder ein. Du kannst von der Scheiße nicht weglaufen. Das holt dich immer wieder ein. Aber mich interessiert jetzt gerade, was du so scheiße an den Elektroautos findest. Zum Beispiel Verarbeitung oder wo es herkommt. Deine Meinung zu Käse. Mag ich gerne. Ja. Käse auf Brot ist gut. Käse im Arsch ist scheiße. So, ist genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche. Ist genau dieselbe Frage. Was ist deine Meinung dazu? Ich finde die Karren cool. Sie fahren super, tun sie wirklich. Ich finde nur den Aspekt dahinter, dass kleine Kinder die Scheiße abschürfen müssen. Irgendwo, weil ich war nicht im Kongo. Und daran verrecken. Weißt du. Und hier stehen sie alle. Oh, wir sind die Heiligen. Wir retten den Planeten. Vor allem wir als Deutschland. Als kleines Land auf dieser Erde. Mit retten wir im Planeten. Ich gehe hier in ein ortsbekanntes Möbelhaus. Pass auf. Gehe rein. Guck mir alles an. Ach, schickig. Toll. Ach, so ein bisschen Nippes. So ein bisschen Deko kaufen. Weißt du? So ein bisschen Kramse. So. Ich nehme das mit. Irgendwie eine Blumenvase. Geschirr. Irgendwie so ein Scheiß war das. So. Rein an die Kasse. Und sie tippt. Und sie macht. Und sie tut. Und jetzt kommt der Härtefall. Oder könnte ich. Oder Putzkabel. Ich sage. Hätten sie denn auch noch eben eine Tüte für mich? Oh. Ich habe gesagt. Ob sie noch eine Tüte für mich hätte. Eine Tüte. Eine Plastiktüte. Ich habe mir beinahe eine Kehle gesprungen. Ah, wir haben keine Tüten mehr. Der Umweltaspekt. Das wird ja alles weggeschmisst. Und das geht nicht mehr. Ich sage. Das wollte ich ja gar nicht wissen. Ne. Ich wollte ja nur fragen. Haben sie was? Weil dann. Wenn man sowas nicht hat. Da bietet man eine Alternative an. Eine Jute Tüte. Ein Kartonchen. Was weiß ich. Was nicht. Aber eine Alternative. Du kannst ja nicht da hinkommen. Hast den Scheiß voll. Hast die Hände voll. Stehst da. Und du kriegst nichts. Und du transportierst zum Auto. Dann müssen sie mal im Internet. Auf unsere Homepage gucken. Da steht drin. Die sollen sich ihre Transportmöglichkeiten selber mitbringen. Ich gehe irgendwo einkaufen. Und stofe meinen Scheiß damit rein. Oder was. Also erstmal ganz ehrlich. Liebe Leute. Aber das war noch nicht bei der Herde. Und da habe ich gesagt. Okay. Alles klar. Mal einen Haken dran. Da gehe ich auch nicht mehr hin. Ich war seitdem auch nicht mehr da. So ein Laden. Also mein Blödsinn. Albern. Wirklich. So. Können sie ja machen. Wenn sie sagen. Brunnen wir nicht unterstützen. Papier. Plastik. Alles ist gut. Aber eine Alternative dahin legen. Und nicht sagen. Sie müssen sich mal zu Hause. Wir bringen den eigenen Korb. Wo komme ich denn da hin? Weißt du. Dann sage ich. Ich sage. Ja. Ich sage. Meine Plastiktüte. Die ich jetzt mitnehme. Rettet ja auch die Welt. Die rettet jetzt die Welt. Pass auf. Jetzt kommt der Overclue. Eine Kundin hinter mir. Jede Tüte zählt. Was kauft diese Kundin? Plastikblumen. Plastikblumen. Ich sage. Moment mal eben. Ich sage. Sie kaufen hier Plastikblumen. Die schmeiße ich ja nicht weg. Ich sage. Nee. Stimmt. Die bleibt 300 Jahre im Familienbesitz. Ich sage. 300 Jahre bleibt ihr im Familienbesitz. Die schmeiße ich nicht weg. Nein. Ich sage. Alleine das schon. Will mir einen erzählen. Pass auf. Will mir einen erzählen. Und kauft selber eine Plastikblume. Und dann macht die mich noch an. Ich sage. Ich schmeiße meine Tüte auch nicht weg. Die hänge ich an den Haken. Und nimm sie nächstes Mal mit. Und die wird vererbt. Und die wird vererbt. Ich sage. Aber die Plastikblumen bleibt jetzt 300 Jahre im Familienbesitz. Oder was? Da fangen die mit mir an zu debattieren. Ich sage. Dann fang ich doch mal an eine Bier. Und pass auf. Jetzt denke ich ja. Oh. Umweltaktivisten. Ich sage. Jetzt gehe ich nach draußen. Dann steig ich den ihren 25 Jahre alten BMW Diesel ein. Rödelt ihn an. Eine Qualmwolke. Hast du noch nicht gesehen. Und rödelt vom Hof. Will mir aber einen erzählen. Weißt du. Da kriege ich so eine Krawatte. Da kriege ich so eine Krawatte. Da habe ich auch. Das sind immer die richtigen Leute. Ich habe da noch eine Geschichte. Da muss ich jetzt mal sagen. Dann würde ich jetzt schon wieder. So die Tisch auseinanderhauen. Ich bin so akzeptiert. Und die würde ich dann so nehmen. Und so. Du weißt was. Ja. Aber weißt was. Da ist doch kein Verstand drin in solchen Leuten. Aber ich möchte mal was sagen. Also. Umwelt zuliebe ist ja wichtig. Finde ich wichtig. Absolut. Ganz wichtig. Ganz wichtiges Thema. Aber ich habe einfach mal auch so eine logistische Frage. Nicht logistisch. Sondern eine logische Frage. Ich war ja in Ghana. Und die Hauptstadt von Ghana heißt Accra. Und die wird auch die giftige Stadt genannt. Und dort wird Plastik und Elektromüll aus Europa verbrannt. Ja. Da stehen kleine Kinder auf einer Tonnen, riesen Hektar großen Wiese und verbrennen Plastikmüll. Also es wird jeden Tag schwarzer, ekelhafter Rauch in die Atmosphäre gejagt. Jeden Tag. Wir sind da mit dem Auto durchgefahren. Hatten schwarze Tränen in den Augen aus. Jeder Pore kam es raus. Weil du bist ja gar nicht gewohnt. So was hast du noch nie geatmet. Die fahren dort 40 Jahre alte Autos. Unsere Autos, die wir hier abwracken, weil die sind ja nicht mehr umweltgerecht, gehen da hin und die fahren hier noch 40 Jahre und qualmen und Öl, sie wird entgegen und Ölwechsel und Scheiße wird über einen Graben gemacht. Und so weiter und so weiter. Und ich war ja wirklich da, deswegen sage ich... Da musst du mal anfangen. Ja, ich sage es ja nur eben so am Rande. Es ist ja einfach so, was ich da nicht verstehe bei dieser ganzen Umweltdebatte, stehe ich total hinter. Ich auch. Absolut. Wirklich stehe ich wirklich hinter. Aber mein logischer Effekt sagt, was bringt es denn, hier auf eine Tüte zu achten, wenn dort jeden Tag hunderte Tonnen Plastikmüll verbrannt werden? Wir können es nicht retten. Wir können es nicht retten. Natürlich ist es klar. Wir schaffen uns ja selber ab. Wir schaffen uns selber ab. Und das ja sowieso. Aber das wird jetzt auch wieder kommen. Ja, aber hier die Tüte. Du wirst es gleich in den Kommentaren wieder lesen. Dann wird wieder die Meinung sprengen, wieder ohne Ende. Ja, klar geht es darum. Hier eine Tüte hilft, hier eine Dose hilft und so weiter. Aber wir doch als kleinstes Land mit. Wir können nichts bewegen. Wir richten nichts aus. Wir richten an unserem CO2 mit nichts aus. Weil die ganze Welt rund um zu macht ja nicht mit. Wenn die alle mitmachen würden und vor allen Dingen auch da, da musst du doch hin. Da ist doch der Ansatz. Da musst du hin. Also ihr könnt doch nicht... Und da musst du sagen, Leute, funktioniert so nicht. Aber was sollen die Leute dann aber auch machen? Das sind arme Schweine. Wenn die den Dreck verbrennen, dann kriegen die 10 Cent für am Tag. Da sind die ja froh drüber. Und das ist das Problem. Ja, das ist ja wieder ein Thema. Das ist ja wieder politisch gesehen. Das kannst du ja wieder auskreihen. Das ist... Da wollen wir ja gar nicht. Aber wenn du... Ich habe das ja gesagt, als ich aus Ghana wiedergekommen bin. Ich denke, in Deutschland, da kannst du vom Boden essen. Es ist eigentlich wirklich sauber hier. Und dann bist du... Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Da liegen tonnenweise Plastikreste an den Straßen. Die machen ja auch... Verkaufen auf Wasser in Plastiktüten. Ja. Die kannst du oben aufreißen. Da trinkst du halt raus. Deswegen verstehe ich den Aspekt nicht, warum man hier angekackt wird wegen einer Tüte. Nein, du wirst ja angekackt. Du wirst ja verurteilt. Ich habe nur noch eine Tüte gefragt. Du wirst dir verurteilt. Wo ich denke, bin ich eigentlich im verkehrten Film oder was? Wobei... Das tue ich tatsächlich. Ich kriege einen Hals, wenn ich über die Straße fahre und sehe, dass irgendwelche Leute ihre McDonald's-Tüten aus dem Fenster schmeißen. Da kriege ich... Da halte ich an und sammle das auch auf. Da kriege ich einen Hals. Ja, du gleich einsortieren auch die Leute, wenn man dann sieht, da müssen wir eigentlich Vorfahren, Exempelstatue in den Knast stecken. Das macht man auch nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Das machen wir. Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Das macht man nicht. Oder auch die Leute, die zu Hause ihren Müll nehmen und zum See bringen. Du siehst es ja, wir hier, wie viele Container haben wir hinten stehen. Wir müssen alles sortieren. Das machen wir auch. Ob Folie, ob Papier, ob Isolierung, Gips, Holz. Das wird alles sortieren. Das kostet auch ein Schweinegeld. Das will ich aber auch so. Ich könnte ja auch einen Container bespielen, ich könnte alles reinhauen. Macht aber ja keinen Sinn. Man soll ja ein bisschen was machen. Das ist gar keine Frage. Jeder für sich, so wie er es kann. Aber ich habe nur noch eine Tüte gefragt. Weißt du, das ist so der Aspekt. Dann müssen Sie auch eine Alternative dahin legen. Die Jute-Tüte, was weiß ich, Beutel, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Dann müssen Sie eine Alternative sagen. Hier, das haben wir als Alternative für Sie fertig. Aber zu sagen, das machen wir gar nicht mehr. Wo nur Omi und Oppi da ankommt, mit dem kleinen Korb, musst du ihn ausladen. Und dann, du darfst ja nicht mal den Korb mitnehmen zum Wagen. Dann wirst du ja schon angeguckt. Das geht aber nicht. Wir wollen den Korb klauen. Ganz ehrlich, wenn das mein Laden wäre, darf ich das gar nicht aussprechen. Dann wäre ich ausgerastet. Dann wäre ich noch nicht gesagt, was habe ich alle verstanden noch? Das ist Kundenservice. Das muss auch. Weißt du? Und das sind so Aspekte, da kiege ich ein zu viel. Aber wenn man normal einkauft wird. Und wenn das noch mehr eskaliert wäre, du weißt ja, dann drehe ich auch irgendwann durch. Ich lasse vieles mit mir machen. Aber dann drehe ich am Rad. Dann wäre ich ja die Bude zerlegt. Das habe ich dir gesagt. Aber wenn ich normal einkaufen gehe, ich habe so einen richtigen Einkaufskorb. So einen robusten, den nehme ich immer mit. Ja, meins auch. Aber trotzdem, wenn du mal schnell mal irgendwo bist und du musst mal schnell mal irgendwo rein, dann musst du eine Alternative entgegen. Gibt es doch überall, du gehst da eh nicht hin, Papiertüten, Papierkörbe, das ist nicht jesig. Ja, das kommt wieder her, aber das ganze Papier ist ja recycelt. Punkt, weißt du? Fertig. So und genauso wie auch heute Tüten. Wird auch recycelt. Und was ich auch, haha, und was ich so nicht abkann, wer ist denn auf diese beknackte Idee gekommen, McDonalds, Trinkenbecher, Capri-Sonne, Strohhalme aus Papier zu machen? Erstmal schmeckt das so scheiße, den kannst du gar nicht in den Maul halten, das oder Dinge. Dann löst der sich ja nach kürzester Zeit auf. Das ist so eklig. Es gibt doch Ersatz zum Plastik, aber doch nicht auf Papier. So eine Müllscheiße. Das hast du ja wirklich drin, das löst sich ja auf. Das ist doch Müll. Ist das jetzt falsch? Ich habe mir aus Bali Bambusstrohhalme mitgebracht. Zum Beispiel. Wir brauchen hier nur keine Bambus, aber es gibt ja Ersatz. Bambus wächst ja wie Heu, das ist ja unglaublich. Ja, klar, das ist Dreck. Die benutze ich noch heute, seit drei Jahren. Du, kann man ja auch. Aber was ich ja sage, ist mit dieser Ghana-Geschichte, das ist ja, dass wir uns immer auf dünnem Eis bewegen mit solchen Aussagen. Was die Wahrheit dahinter ist, du verstehst nicht, warum hier Leute so ausrasten. Genau. Aber jetzt, das ist ja nur ein Beispiel, in Ghana, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich muss noch mal Bilder einblenden. Die verbrennenden europäischen. Und so mögen die da hin und davon brennen sie den und wir sind die Heiligen. Hahaha, Schadatane sind wir, Schadatane. Und das verstehe ich halt nicht, weil das Ozonloch, wir teilen uns das ja, die Erde. Nein, nur Deutschland. Ja, wir teilen uns ja die Erde, die gehört uns hier allen und wir müssen ja alle im Verbund dafür sorgen, dass vernünftig damit umgegangen wird. Richtig. Aber wenn jetzt in Ghana beispielsweise, das kann auch irgendwo anders sein, tonnenweise Plastikmüll verbrannt wird, das schadet doch auch uns. Oder sind wir hier in einer Blase? Nein, in jeder Blase. Wir haben eine Kuppel hier mit Deutschland. Das ist schon immer so gewesen. Wusstest du das nicht? Nee. Nee, das machen wir uns gerade wieder unbedingt, aber das ist ja die Wahrheit. Und das ist ja einfach das, und daran verstehe ich nicht, auch diese Person, diese Frau, diese Plastikblumen kauft, meinte das ernst zu mir. Ich merke hier ja nicht weg. Ja, diese Plastikblume, die gibt es auch noch 300 Jahre später, wenn du die auf den Müll schmeißt. Ja, jetzt war ich ernsthaft. Und sie kauft selber eine Plastikblume. Da muss ich mich doch schon schämen, mich doch schon fragen. Warte mal, was habe ich jetzt gerade überhaupt gesagt? Ich kaufe dir selber eine Plastikblume und infobiete ihm aber, dass er eine Tüte gibt und mache da auch noch einen blöden Spruch zu. Die Plastikblume ist so in den Rund schieben. Und das ist das nämlich, warum, wenn du mal mit offenen Augen durch die Gegend gehst, so wie auch wir, du wirst aggressiv. Du wirst halt aggressiv, weil du denkst, Leute, so bescheuert können die doch alle nicht sein. Sie laufen alle mit Augen zu durch die Gegend. Und das gibt es doch nicht. Das gibt es doch alles nicht. Sollen sie, aber dann sollen sie auch nicht anderen Leuten vorstellen, was sie zu tun haben. Wenn du schon ein großes Auto fährst, wirst du ja schon verteufelt. Der Spritfresser, der und dieser und mein Auto braucht 22 Kilometer und einer muss ja den Staat ernähren, oder nicht? Oder wie ist es? Da sagst du jetzt nichts zu, weil deine Karre da draußen da die Mauer, wo noch mehr brauchen. Ganz schönes Eis. Es ist aber ja auch so. Aber das Thema muss man mit Carsten anfangen. Welches Thema? Das, was du jetzt gerade besprochen hast. Wir treten ja genauso durch. Echt? Ja, klar. Was ich aber nochmal zu Ghana sagen wollte, ist, was ja wunderbar in dem Land ist, du kommst da rein, die Menschen sind alle glücklich, alle fröhlich, haben alle gute Laune. Aber das ist ja auch wieder so ein politisches Thema. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich möchte jetzt in Afrika. Nein, nein, überhaupt nicht. Wir bauen da ja gerade oder helfen da ja mit ein Waisenhaus zu bauen. Wir fliegen im Mai auch nochmal hin. Aber es ist halt wirklich so, dass man der Politik was sagt, weil da geht der ganze Plastikmüll aus Europa hin. Da sind Autos, das ist ja auch der Witz, da stehen ja Autos, da stehen Bullis von Dachdeckermeister Meier. Wir machen uns ja selber und machen uns damit selber Bankkord. Helfen ist wichtig, auch auf der ganzen Welt. Muss. Es ist ganz klar. Aber es ergibt für mich halt auch echt keinen Sinn, dass da das Ozonloch weiter und weiter wird und es zählt ja für alle. Deswegen verstehe ich nicht, also der Aussagepunkt von mir ist einfach, dass es keinen Sinn ergibt. Na klar, es ergibt Sinn aber zu sagen, ja, aber die Müll, die Plastiktüte, die geht hier aber nicht. Aber es wird da verbrannt. Das ergibt halt keinen Sinn. Was noch viel Schlemmere ist, ich benutze ja unwahrscheinlich gerne Ohrenstäbchen. Ja. Alter, diese Papierscheiße, ne? Erstmal machst du es gar nicht mehr in der Hand haben, dann rührst du rein. Ich muss ja so ein Stück rein, wisst ihr ja. Du und dann ziehst sie, dann brichen die kaputt, fallen auseinander. Ich könnte wahnsinnig werden. Bei solchen Sachen könnte ich wahnsinnig werden. Und das Geile ist, die sind nicht mehr Plastik. Sind sie nicht, ne? Aber der Verschluss oben drauf, komplett Plastikdeckel drauf. Haha, wir haben gewonnen. Wir haben sowas von gewonnen. Wo ich wieder frage, sag mal Leute, meint ihr das ernst? Also ich sag, wir schaffen uns selber ab. Ja, das tun wir schon. Wenn wir alle nicht drauf achten, mehr auf unsere Umwelt zu achten, im Allgemeinen, auf der ganzen Welt, dann schaffen wir uns selber ab. Wir schaffen uns ab. Und dann gebe ich der Welt noch 100 Jahre und dann... Das hab ich immer schon gesagt. Wir werden es nicht mehr erleben, aber irgendwann war das einen großen Knall. Glaubst du, dass es irgendwann mal so ein Breakdown gibt, auf der Welt? Das gibt es definitiv. Irgendwann ist es vorbei. Glaubst du, es ist vorbei, weil das geht alles überhaupt nicht mehr so weiter. Das ist ja auch so, zum Beispiel Fahrzeuge. Du hast heute im Schnitt jedes Jahr ein neues Auto, ein neues Produkt, eine neue Marke, ein neues Modell. Wer braucht diese ganzen Modelle? Wer braucht diese ganzen Autos? Das braucht die Autoindustrie, um noch mehr Milliarden zu machen. Das ist auch Quatsch. Früher hattest du ein Auto, das wurde 10, 11, 12, 15 Jahre am Stück hergestellt. Feierabend. Und heute ist das so kurzlebig. Du hast ja im Schnitt jedes Jahr so ein neues Modell, ein neues Fabrikat, Facelift und so weiter und so weiter und so weiter. Warum? Das ist auch, das ist eine Verschwendung. Weil der Konsum da ist. Genau, weil der Konsum da ist und du fährst jetzt ein Auto, hast dir ein neues Auto gekauft. Fährst du ein Jahr, dann hast du wieder eine alte Möhre. Also muss man ja los. Oh Gott, ich kann kein altes Auto fahren. Das Auto muss wieder weg. Und holst dir wieder ein neues. Und das ist krank und abartig. Das ist es ja. Weißt du? Ich meine, das können wir natürlich mal so ein Tropfen auch hier auch so einführen. Also grundsätzlich so die Trennwände, die halten nur ein Jahr. Und dann können wir da neue wieder hin. Ja, ist ja genau das. Selbstauflösende Trennwände. Genau. Das ist ja auch was geiles. Aber aus Esspapier. Ja. Das ist ja auch was geiles. Oder nicht? Ja, aber wir können es halt nicht. Aber so eine Industrie kann das. Das ist genauso wie mit Handys. Ich brauche nicht jedes Jahr ein neues iPhone. Das kann man mal zwei Jahre alt oder auch drei. Oder nicht? Ich habe privat das iPhone 11. Das ist wie alt? Drei Jahre? Ja. Aber es hält. Ja, aber es hält. Und wie oft ins Wasser? Also ich habe jetzt ganz nur das iPhone 13 Pro letzte Woche gekriegt, weil ich bin nämlich auch so ein iPhone-Junkie. Ich muss auch immer noch ein neues da haben. Ne, Quatsch. Das ist Blödsinn. Aber es ist schon wirklich, wirklich krank. Du bist ja auch so weit, du siehst es ja, du kommst ja selbst mit der ganzen Elektronik, mit der ganzen Scheiße, kommen dir ja gar nicht mehr nach. Weil ich bin ja auch so ein Teller-Nerd. Weißt du? Auch so Fernseher und Musik und so ein Krams nicht, ne? So, irgendwann bist du am Zenit und dann willst du mehr. Es kommt aber so schnell, wie du das verbrauchst, ja gar nichts Neues nach. Das ist absolut krank. Ne, weil ja die ganzen Halbleiter und die ganzen seltenen Erden und so weiter werden ja für Elektrofahrzeuge gebaut, so kratsch. Ne? Wahrscheinlich von dem Fernseher zu bauen für mich so 2,88 Meter. Oh, wie der ganz tünne Eis. Hahaha. Hahahaha. Hahaha. Vielen Dank.